Heute gibt es mal wieder ein Update-Video. Die Neuigkeiten hängen mit Fällen zusammen, die schon lange zurückliegen, jedoch nie aus den Medien verschwunden sind. Zum einen geht es um Christian B., der noch immer verdächtiger im Fall Maddie McKenna ist. Und zum anderen um die Menendez-Brüder, deren Netflix-Serie nun für eine richtige Sensation sorgen könnte. Erst vor kurzem habe ich euch ja von dem Prozess gegen Christian B. berichtet. Er wird als Verdächtiger im Fall Maddie McKenna gehandelt und stand kürzlich in Braunschweig vor Gericht. Allerdings nicht wegen der Entführung von Maddie, sondern wegen anderer Delikte. Ihm wurden drei Sexualdelikte sowie zwei Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen 2000 und 2017 begangen haben. Die Staatsanwaltschaft forderte 15 Jahre Freiheitsstrafe sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung für Christian B. Allerdings kam alles ganz anders. Denn Christian B. wurde freigesprochen. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Verurteilung zu rechtfertigen. Die Vorsitzende der zuständigen Kammer sagt, einige Zeugen hätten während des Verfahrens bewusst gelogen. Christian B.'s Präsenz in den Medien in den letzten Jahren habe einzelne Personen zu falschen Aussagen verführt. Dazu heißt es, jeder Zeuge hat die Berichte dazu gelesen und diese haben die Aussagen beeinflusst. Wenn ein Angeklagter dann in den Medien als Sexmonster und Kindermörder stilisiert wird und die Zeugen das lesen, dann sind die Aussagen fast wertlos. Zu einer der Vergewaltigungen, über die vor Gericht verhandelt wurde, hat es zum Beispiel keine Geschädigte gegeben, die ermittelt werden konnte. Ein Zeuge hatte angegeben, ein von Christian B. aufgezeichnetes Video der mutmaßlichen Tat auf einer Videokamera von ihm gefunden zu haben. Die Videodatei konnte aber nie gefunden werden. Die Angaben zu dem Fall stammen einzig und allein aus der Erinnerung des Zeugen. Und der legt über Jahre hinweg vier verschiedene Darstellungen der Geschehnisse vor, die sich jeweils widersprechen. Und das macht ihn für das Gericht zu einem unglaubwürdigen Zeugen. Dieses Problem könnte sich noch weiterziehen. Denn derselbe Zeuge hat Christian B. auch mit dem Verschwinden von Mettlin McKinnon Verbindung gebracht. Noch ist der Freispruch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat schon vorher angekündigt, im Falle eines Freispruchs in Revision gehen zu wollen. Christian B. sitzt derzeit noch eine Freiheitsstrafe wegen einer anderen Vergewaltigung ab, zu der er 2019 verurteilt worden war. Seine Anwälte haben nun angekündigt, auch gegen dieses Urteil vorgehen zu wollen, nachdem sich im letzten Prozess eine neue Faktenlage ergeben habe. Zeitgleich wird die Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht nur in Revision bezüglich des Freispruchs gehen, sondern sammelt auch weiter Beweise für eine Anklage gegen Christian B. im Fall Mettlin McKinnon. Die Staatsanwaltschaft ist sich laut jüngsten Berichten nach wie vor sicher, dass Christian B. für das Verschwinden des britischen Mädchens verantwortlich ist. Christian B.s reguläre Haftzeit wird am 16. September 2025 ablaufen. Wenn die Revision scheitert, könnte er also in weniger als einem Jahr wieder frei sein. Und dann könnte Christian B. sich beispielsweise ins Ausland absetzen und vor der Justiz untertauchen. Es sei denn, er wird bis dahin für den Mord an Mettlin McKinnon angeklagt. Sollte es dann aber zum Prozess kommen und sollte man Christian B. den Mord an Maddy nicht zweifelsfrei nachweisen können, wäre die Sache vor deutschen Gerichten erst einmal gelaufen. Denn niemand darf wegen derselben Sache zweimal angeklagt werden. Ich werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten, wie es mit der Revision der Staatsanwaltschaft weitergeht. Auch in einem anderen bekannten Kriminalfall gibt es News. Bestimmt habt ihr von der neuen Netflix-Serie Monsters gehört. Sie erzählt die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Zu den Brüdern, die ihre Eltern brutal ermordet haben, findet ihr ein Video auf dem Hauptkanal. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Lyle und Eric haben während des Prozesses gegen sie damals angegeben, von ihren Eltern jahrelang missbraucht worden zu sein und sie deshalb ermordet zu haben. Viele Menschen fordern auch heute noch die Freilassung der beiden Brüder aus dem Gefängnis. Durch die Netflix-Serie wurde die Diskussion rund um den Fall noch einmal angeheizt. Und eventuell könnte das Verfahren bald neu aufgerollt werden. Für den 29. November 2024 wurde eine neue Gerichtsverhandlung für die Menendez-Brüder angesetzt. Der zuständige Staatsanwaltschaft hat verkündet, dass es neue Beweismittel gebe. Es sei zum Beispiel eine Fotokopie eines Briefes aufgetaucht, den einer der beiden Brüder vor dem Mord an den Eltern verfasst hat. In dem Brief geht es darum, dass eines der beiden Opfer von Belästigung geworden ist. Der Prozess Anfang der 90er wurde oft kritisiert, weil der von den einzelnen Familienmitgliedern bezeugte Missbrauch bei der Urteilsfindung kaum eine Rolle gespielt hat. Ein neues Beweisstück wie der Brief könnte zu einer Neuaufnahme des Verfahrens führen. Und es ist zu vermuten, dass ein Fall wie der der beiden Brüder heutzutage anders verhandelt werden würde als noch 1993. Ich werde euch im November auf jeden Fall berichten, was bei dem neuen Gerichtstermin herausgekommen ist. Habt ihr die Serie Monsters schon gesehen? Ich habe bislang viele durchmischte Meinungen gehört. Mich würde interessieren, wie euch die Serie gefallen hat. Und was ihr zu der Darstellung der einzelnen Charaktere innerhalb der Serie sagt. Die wurden nämlich sogar von Eric Menendez selbst kritisiert. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung und eure Kommentare. Und nebenbei unterstützt ihr so auch den Kanal. Denn jegliche Interaktion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito Crime News noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem wann ihr das Video seht. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute. Ciao Leute.